Ja, hallo liebe Schachfreunde und willkommen zu einer neuen Schachpartie. Ja, Stockfisch, die letzte Folge haben wir gegen die Stufe 2 gespielt. Und was bleibt uns anderes übrig, als jetzt auch nochmal gegen die Stufe 3 zu spielen? Ja, wir sind nah. Stufe 8 ist ja sozusagen die stärkste Stufe von Stockfisch. Aber er steigert sich auch schnell, muss man sagen. Hier vorher noch 1.100 auf der Stärkeskala, jetzt 1.400. Ja, mal schauen, ob wir eine Chance haben. Ich habe schon mal Probe gespielt, da lief es eigentlich ganz gut. Ja, schauen wir einfach mal. Ich fange wieder so an wie beim letzten Mal. Geh schön decken, dann wieder hier das Zentrum besetzen. Mal sehen, ob was der Gegend hat. Ne, spielt ein bisschen defensiver. Was mir auch recht sein mag. Er wird jetzt mal mein Pferd tauschen. Ist das so? Ist natürlich jetzt wahrscheinlich besser für ihn. Und ich stehe jetzt auch ein bisschen... Scheiße. Ja, habe ich jetzt so nicht erwartet. Aha. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Pferd raus. Das war jetzt ein super schlechter Zug. Was habe ich mir dabei nur gedacht. Dass ich den Bauern nicht gedeckt habe. Oh, wow, wow. Das war jetzt nicht zu überragend. Der hat einen Bauernplus. Jetzt die Frage, wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Die Stellung gefällt mir nicht mit dem Doppelbauern da, was ich verbockt habe. Soll ich diese Linie öffnen? Hier, diese Damenlinie. Dann kann ich ja versuchen, diese Linie zu öffnen. Jetzt bin ich ein bisschen... Ah, jetzt hat er auch geruchiert. Jetzt dachte ich, ich bin ein bisschen im Vorteil, wenn diese Linie offen ist. Aber es sieht eher weniger danach aus. Wobei, wenn ich jetzt noch den Läufer wegziehe, dann vielleicht... Ja, ich ziehe noch den Läufer weg und dann versuche ich, diese Linie hier zu öffnen. Ja, aber das ist auch Mist hier. Da durchzukommen ist schwierig hier mit dem Läufer. Ja, die Linie bringt mir jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. Das war eigentlich mein Ziel, diese zu öffnen. Und die hier ist schon auf, aber da habe ich jetzt gut meinen König hier in Sicherheit gebracht. Ja, soll ich den hier mal auf diese Linie bringen? Ne, die würde ich gerne öffnen lassen, hier diese Linie. Die wäre super. Weil da geht es halt so auf Angriff los, ne? Dann für beide Seiten. Ja, wenn ich den mit schlage... Weiß nicht, soll ich den mit schlagen? Ich darf jetzt auch nicht so viel Zeit hier... Ach, lassen wir, jetzt geht es hier mal ein bisschen los, würde ich sagen. Zack, zack. Dann ist ja hier der Bauer offen. Was soll ich hier? Die Linie öffnen. Ja, ich glaube, diese Linie ist vielleicht nicht so gut. Ich werde mal hier so das Pferd nehmen. Genau, das habe ich geplant, aber wie gehe ich weiter vor? Wie gehe ich weiter vor? Tutu. Wenn ich das jetzt öffne, was bringt mir das hier gar nichts eigentlich noch? Nicht so viel. Ich habe jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, habe ich jetzt meine Bauernflügel hier ein bisschen unsicher gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Durch das Rausziehen von den Bauern. Das gefällt mir eher weniger. Hm. Ach komm, was ist denn jetzt los? Ich stecke hier irgendwie fest. Ja, da komme ich auch nicht... komme ich auch jetzt nicht dagegen an, jetzt mit dem Läufer. Muss ich tatsächlich jetzt meinen... Der hat aber auch wenig Felder. Der hat aber auch wenig Felder. Hm. Also, was habe ich jetzt nur für eine Möglichkeit? Eigentlich nur den Turm wegziehen oder einen Gegenangriff starten, aber dafür ist mein Gegner zu gut. In der Stellung, um irgendwie schnell einen Gegenangriff zu starten. Ja, mach mal Damentausch, oder? Wenn ich jetzt Dame anbiete... Wobei, wenn ich Dame anbiete, ich biete Damentausch an und dann macht er den hier. Dann hat er einen Turm mehr, zack. Ne, ist auch nicht gut. Der macht dann erst den hier. Und dann kann ich die Dame austauschen und dann hat er einen Turm... Warte mal. Ich mach den hier. Dann macht er den hier. Ne, 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 das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Geh hier hin. Dann kommt er mit seinem fluchten Bauern. Ah, Stockfisch, nein! Nein! Was soll denn das? Warum bereitest du mir so Kopfzerbrechen? Äh... Boah, ist jetzt Mist. Ist jetzt irgendwie Mist. Der kommt jetzt damit sein... Boah. Und dann stehe ich da. Dann stehe ich da. Mist, was war das für ein guter Zug? Boah. Ich hab aber mit dem Turm muss ich jetzt hier zurück, jetzt echt. Das gefühlt mir gar nicht. Das sieht nicht gut aus. Am wenigsten sind die Bauern jetzt nicht mehr auf einer Linie. Die zwei. Ja, mein, mein, mein... Mein König ist da aber nicht mehr so sicher, hab ich das Gefühl. Und jetzt muss ich mal beim Figuren hier raus. Wie sieht denn das aus da hinten? Alle Figuren auf einer Linie. Oh, Mann, oh, Mann. Äh... Was ist das denn da? Ich, ey. Kommt doch mit seiner Königin auch noch. Ja, der fragt mir halt gar nichts. Die Königin ist hier eingesperrt. Ich muss mal mit dem Bauern hier raus. Dass ich die Königin näher bewegen kann. Ah, jetzt geht er zurück. Äh, doppelt Schutz hier für seinen Bauern. Den hab ich ja noch nicht einmal angegriffen. Hm. Jetzt möchte ich gern das, dieses Feld hier. Dieses Feld möchte ich erst mal gerne. Würde ich sagen. Da könnte ich dann sein Pferd angreifen. Und gleichzeitig, äh, seinen Turm oder seine Türme, wenn ich auf dieses Feld hier komme. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich schütze noch meinen Bauern. Oder? Ist gut. Wenn der mich jetzt angreift mit... Warte mal, er würde mich mit dem Bauern angreifen. Den könnte ich einfach nehmen. Das ist kein Problem. Okay, ist das ein guter Zug? Hoffentlich. Mist, ich hab ja gar nicht gesehen, dass die Dame hier steckt. Ach, komm, fuck. Tja, jetzt stehe ich echt da. Hat nur einen Bauern mehr momentan. Aber ich hab das Gefühl, ich bin schon auf einer Verlustreichen Position momentan. Tja. Ich hab ja auch keine offene Linie, ne? Außer diese hier würde ich vielleicht mal versuchen zu öffnen. Wo die Dame steht. Ja, doch. Was will ich dir mal machen? Oh, fuck. Er greift jetzt von der anderen Seite an. Da kommt er nicht durch, aber hier kommt er gleich durch. Ah, sehr intelligent gemacht. Weggezogen. Gut. Dieses Feld gleichzeitig gedeckt. Sehr klug, sehr klug. Wenn ich jetzt mit dem Bauern hierher komme, dann ist es auch wieder Mike. Boah, ich sehe schwierige Situationen und ich habe auch keine Zeit. Mir habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, was zu warten. Wohin? Hier kann ich nicht hin. Bleiben kann ich auch nicht. Könnte ich hier hin. Das ist vielleicht keine schlechte Situation. Hier Ist vielleicht auch nicht so übel. Das ist eigentlich eine gute Diagonal. Oder soll ich hier hin und dann den Bauern angreifen? Und dann hier ins gegnerische Feld rein? Machen wir das so. Mhm. Mhm. Ja. Gut. 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 Gut, gut, gut. Soll ich die Linie öffnen? Ich habe es jetzt geöffnet. Offizielle Linie ist eröffnet. Offizielle Krieg. Das kann ich nicht gebrauchen. Warte mal. Warte mal. Kann ich den hier nicht decken? Aber der hat mir den... Ah, okay. So. Das ist eigentlich nur da, damit ich jetzt... Ach, schade. Das Pferd ist so wichtig hier. Das deckt mir hier meine schönen Bauern. Oh, ich glaube, der war gut, oder? Ja. Ja. Ähm. Ähm. Was mache ich jetzt? Ich habe wenig Zeit. Ich muss einfach Material tauschen hier. Das hilft's. Ich muss hier weiter vorwärts. Versuchen. Was war das jetzt denn? Komischer Zug. Ich muss hier einfach weiter vorwärts kommen. Mhm. Mist. Nein. Wie schlecht war das denn? Oh nein. Ich habe... Ach, super sehen. Jetzt kommt er mit der Dame. Nein. Ah, ich habe das Gefühl, ich war im Vorteil, dass ich jetzt natürlich wieder verschenkt habe. Ja, nimmt er den nächsten Bauern. Ja, klar. Hätte ich auch nie anders gemacht. Ähm. Ja, Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Kommt der nächste Turm. Scheiße, muss ich die Dame tauschen jetzt. Was hat er mir denn jetzt genommen? Was ist der Bauer? Das ist der Art. Mist, wie schlecht. Und Schach auch noch. Nein. Nein. Okay. Stop für Stufe 3 ist schon nicht ohne. Jetzt habe ich, glaube ich, verloren. Von der Zeit her auch nicht gut. Ähm. Ja. Ich stehe da gut auf Verlust. Nicht mal behaupten. Jetzt machen wir einfach ein paar schnelle Züge, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Um mal zu sehen, ob er noch irgendeinen Leichtigkeitsfehler macht. Aber er ist ein... Wie viel ist am Vorsprung? Plus 2? Hm. Ja. 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 Schlecht. Schlecht. Ja. Aber immerhin habe ich noch nicht auf Zeit verloren. Momentan. Momentan. Nein. Habe ich gar nicht gesehen. Der ist ja gebunden. Mist. Mist, 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 Mist. Ja. Ziehe ich auch sieglos. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das riecht nach einer Revanche-Partie. Eine schnelle Revanche-Partie. Hm. Hm. 28 Sekunden noch. Äh. Warte, hätte ich jetzt noch nehmen können, oder nicht? Bin doch nicht mal Schach. Nehme weg. Ey. Willst du mir meinen Baum hängen? Nicht in der Pinn. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt... Was ist das? Wenn er jetzt den... 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 Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch Chancen habe. Aber er spielt irgendwie auch komisch. Habe ich das Gefühl. Ja, was soll ich jetzt machen? Hier vor geht nicht! Hier vor geht nicht! Hier vor geht nicht! Mist! Man, der spielt ja immer dieselben Züge! Gibt es da keine Regeln, dass das verboten ist, immer dieselben Züge zu spielen? Ich finde, da soll es eine Regel geben. So, fertig aus! Wo ist die Regel? Ja... Ja... Schach... Hey! Ich habe nochmal ein Schachboot hingekriegt! Schachmatt! 19 Sekunden vor Ende habe ich noch Schachmatt gesät! Stock für Stufe 3! Mensch! Da hätte ich jetzt nicht mehr dran gedacht! Was war das denn? Eieieiei! Also das Endspiel jetzt hat er aber mächtig verloren gegen uns! Ähm... Ja, ich wollte nicht aufgeben und man hat gesehen, es hat sich doch noch gelohnt jetzt! Äh... Aber... Irgendwie ein seltsames Spiel fand ich! Aber... Stufe 3! Mission... Geschafft! Mission accomplished! Wir haben den Stock für Stufe 3 erledigt! Auch wenn es, habe ich jetzt das Gefühl, mehr Glück war! Oder er hat jetzt irgendwie auch nicht mehr gut gespielt, ne? Und wir hatten jetzt ein bisschen Glück! Aber... Gewonnen ist gewonnen! Stufe 3! Und Leute, das nächste Mal würde ich sagen, ist Stufe 4! Ja, Stufe 4 ist da dran! Stock für Stufe 4! Wir mogeln uns langsam durch! Wobei ich glaube, das war jetzt schon so fast die Grenze des Möglichen bei mir! Aber... Naja... Stufe 3 gewonnen! Das heißt, Stufe 4 müssen wir auch nochmal testen! Vielleicht... Ähm... Zwei Partien auf jeden Fall! Weil... Ich glaube... Ich weiß nicht, welche Stufe Stufe 4 hat, aber... Wie viel... Waren das jetzt in Sprüngen? In... Schwierigkeitspunkten 300 von 1100 auf Stufe 2 von 1400? Jetzt hat er wahrscheinlich schon 1000, weiß ich nicht... 700.800! Werden wir sehen! Okay! Ich hoffe, diese Partie hat euch auch noch Spaß gemacht! Das war jetzt wirklich... Glück hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet! Aber... Wir haben es uns verdient! Also habt noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal! So, 화all! Todessen! Ja!